... zur Regierungspressekonferenz am Montag. Dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher. Die Fernseher wollte ich nur vorweg schicken, dass die Bundespressekonferenz... Die Lage in Äthiopien gibt uns großen Anlass zur Sorge, insbesondere die Versuche der Tigre People's Liberation Front, der TPLF, den Konflikt auszuweiten und Nachbarstaaten hineinzuziehen. ...wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass tausende Arme... Die Angriffe auf Flughäfen in der äthiopischen Region Amhara sowie in Eritrea, zu denen sich die TPLF bekannt hat, die verurteilen wir auf das Schärfste. Jetzt ist ein politischer Prozess nötig, um die Lage zu beruhigen und Raum für Lösungen zu schaffen.